Hallo und willkommen zu meinem Kanal Darinas Deutsch. Heute mache ich ein besonderes Video. Ich möchte mit euch und für euch Glühwein kochen. Glühwein ist ein sehr traditionelles Getränk zu Weihnachten. Man kann Glühwein überall auf Weihnachtsmärkten kaufen. Wusstet ihr aber, dass man Glühwein auch sehr leicht zu Hause machen kann? Und heute zeige ich euch das. Und für diejenigen, die sich dieses Video bis zum Ende anschauen, gebe ich einen kleinen Bonus. Für meinen Glühwein brauche ich eine Flasche Rotwein, Obst, das sind bei mir zwei Orangen und ein Apfel und Gewürze. Typische Weihnachtsgewürze für Glühwein sind Zimt, Nelken und Sternanis. Ich habe einen trockenen Wein, deswegen brauche ich noch Zucker. Meine Orangen habe ich geschält und geschnitten. Meinen Apfel habe ich gewaschen und auch in Scheiben geschnitten. Meinen Wein habe ich in einen Topf eingegeben. Zu meinem Wein habe ich meine Früchte hinzugefügt. Jetzt sind meine Gewürze dran. Vergesst auch nicht Zucker dazu. Jetzt soll ich meinen Wein nur erhitzen, also bis der Dampf kommt, aber auf keinen Fall kochen. So sieht es aus, wenn der Glühwein genug warm ist. Ich hoffe, dass mein Rezept euch schmeckt. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare unten schreiben, ob ihr den Glühwein auch gekocht habt und ob es gelungen ist. Und jetzt mein kleiner Bonus. Fast alle alkoholhaltigen Getränke sind im Deutschen maskulin. Also es ist der Wein, der Sekt, der Rum oder der Wodka, aber das Bier. Schreibt mir gerne in die Kommentare unten, ob das Rezept gelungen ist und ob der Glühwein euch schmeckt. Vergesst auch nicht, dieses Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss!